Sagen Sie mal, warum lebe ich noch? Oh, mein Kopf dröhnt auch. Ich muss mir jetzt mal alles erklären hier. Ich musste sie natürlich wieder überleben. Wer sind Sie denn überhaupt? Und wo ist mein Dürmelein? Wo ist er? Der hat's leider nicht geschafft. Sagen Sie es, ich weiß. Warum haben Sie mich dann nicht auch einfach sterben lassen? Sarah hat meine Hand angehalten und gehofft, dass ich jetzt irgendwas noch tun kann für sie. Brot! Warum? Bam! Ich will doch alleine gar nicht weitermachen. Und warum sind Sie noch hier? Lassen Sie mich doch einfach in meiner Trauer in Ruhe. Ich glaube, wir haben noch ein Problem. Ganz schön sensibel, der Typ. Sarah, du kanntest ihn vielleicht für einen Monat. Aber ich kannte ihn mein ganzes Leben lang. Jetzt sofort. Setzen Sie sich erstmal. Unfälle passieren. Sarah, alles nur wegen dir. Weil wegen dir in deinem Haus ist das passiert. Wir haben die Menstruation geholt, nur wegen dir. Dann haben wir die Grillparty gemacht, wegen dir. Und dann wollten wir bei deinem Haus auf Toilette gehen, damit wir den verdammten Dimitri aufhalten. Und jetzt ist er tot. Und dann haben Sie eine große Schuld auf sich genommen. Sie ist in die Anführerin. Das ist nicht meine Schuld. An all dem Schlamassel schuld. Ich brauche ein paar Tage, um hier runterzukommen. Wer weiß, ob ich mich noch bei euch melde. Wir sehen uns. Tschüss, Erik. Bitte melde ich mich dann demnächst. Nein, ich, ich. Tschüss. Warte. Ich kann nicht weitermachen, so. Wenn ich hier jetzt eine knalle, wäre das eine Straftat. Ich will mich doch nur beruhigen. Alles gut. Also nein, nicht alles gut, aber bitte komm wieder, ja? Ja, wir sehen uns in der Woche. Tschüss. Ja? Spreche ich da mit Dimitri? Am Apparat. Gut. Ich würde nämlich gerne mit Ihnen etwas besprechen. Ich bin ganz. So, Freunde, nach der Cap eurer Seele ist zurück. Hallo. Sag mal, warum habt ihr eigentlich auch die Party abgehängt? Wir waren doch der Einhornverein. Und ich habe immer noch nicht verstanden, wie, woher sie überhaupt kommen. Warum retten sie mich? Und dann sind sie einfach hier und lümmeln sich auf das Sofa. Na ja, als Rettungssanitäter und als Nachbar musste ich natürlich handeln. Warum sind sie denn jetzt noch hier? Sind sie bei Krankenpflege oder was? Falls irgendwas zustößt, bin ich immer für euch da. Deswegen würde ich mich gerne mit Beteiligen. Naja, wegen Bezahlung musst du aber die da anfragen, ne? Naja, das passt schon. Okay. Liebe Leute, ich habe jetzt eine Woche mich darauf ins Schlaf geweint. Ich bin jetzt bereit, auf weitere Abenteuer mit euch zu gehen in Sarah. Letztlich muss ich doch deine Aufgabe weitererfüllen. Und ich habe auch die Liste hier komplett nochmal selbst neu aufgeschrieben. Das heißt, wundere ich nicht, falls irgendwas nicht mal 1 zu 1 dein Wortlaut hat. Denn ich weiß jetzt, wo unser Weg uns als nächstes hinführt. Ja, und jetzt haben wir auch die Nuss dabei. Das kann doch nur gut werden. Yay. Bestimmt. Bestimmt. Okay. Erst einmal noch eine wichtige Frage. Habt ihr eigentlich noch das Ausgeschiedene in Sarahs Haus? Oder habt ihr den letzten Auftrag noch erfüllt gehabt? Nach dieser Tragöne hier. Ich darf daran gar nicht denken. So. Seid ihr bereit, dass ich verkünde, was wir brauchen? Nuss? Du als Neuankömmling hast die Ehre, es laut vorzulesen. Das oberste Ziel, das oberste. Nicht zu sterben? Ja, nein, nein. Das danach. Das ist die Standardregel. Äh. Witz zu sein. Ahaha. Nein, nein. Auch das nicht. Punkt Nummer 65. Äh. Ach so. Den Ziegenkopf einzusammeln? Richtig. Wir brauchen jetzt einen frisch abgehackten Ziegenkopf. Und wer hackt eher Ziegenköpfe ab als die wahnsinnig gewordene Martina. Die ist doch nicht mehr ganz sauber seit ihrem Tod. Die schlachtet Ziegen von armen Bauern einfach so ab. Und, 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 da kommen wir in den Weg. Wir holen uns jetzt einen frischen Ziegenkopf. Erik, bist du bereit? Erik? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht, äh, wirken seine Medikamente gegen den Münztelefon Husten. Nick. Ja? Ich muss nur kurz mal was verarbeiten. Punkt Nummer 60. Warum steht der oben? Hahaha. Ich hab diese Liste einfach so geschrieben. Es ist... Keine Ahnung. Ich hab sie im Wahnsinn geschrieben, okay? Ich wär fast durchgerissen in dieser Woche ohne mein Türmelein. Ey, ja. Ich bin... Ich bin jeden Morgen aufgewacht und zur Seite gesehen. Türme war nicht da. Bist du sicher, dass du bereit bist? Ach. Ich hab doch ihn dabei. Er ist... Er ist noch meine Krankenschwester mit natürlich Mellie. in Stimme. Oh, okay. Ich... Ich... Ich hab da kein Los. Auf, auf. Auf zur Buckliegen, Martina. Oh. Du bist ja schon da. Sagen Sie mal... Oh. Darf er zufällig seine Pflegerin küssen? Bist du verrückt? Nein. Ja, das ist doch schon die Situation unangenehmer, ne? Ja, irgendwie schon. Ich war bereit, Ihnen Schmatzer zu geben. Für... Für die Rettung. Ein. Für die Rettung. Ein. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Gehen Sie in die Ecke sofort. Oha! Da drängelt sich Erik einfach heldenhaft dazwischen. Erik, du hast gerade die Nuss vor meinen Küssen gerettet. Nuss, dank mir Schwester. Übrigens, Nuss, falls du ihm danken möchtest, er mag es gerne, wenn man seine Beine umklammert. Hier so. Ach, nix. Nein. Das mag er gerne. Erik. Ich möchte mich nicht mehr wehren können. Erik. Ich unterstütze mich. Ich wollte meine Beine... Erik, jetzt gib deine Beine her. Erik. Oh, hallo, Sarah. So, es gibt es nicht mehr über Martina zu sagen. Aha, Martina wird auch unter Daniel Clark. Sie heißt Daniel. Ja, Martina Daniel Clark ist ihr voller Name. Ihre Eltern waren gemeint zu ihr deshalb auch die Sachen mit den Ziegen. Ah, okay. Hey, natürlich, in viel Sinn. Wie, wie damals? Meinst du einfach die Menstruationsdame? Ich meine... Oh Gott. Stimmt, der, der, die das Gute schon wollte. Ich will jetzt einfach, falls du es noch erinnern. Ah ja, die Witmer. Das ist so lange her. Da, als lebte noch Töme. Angenommen. Nuss, wenn ich mein Auge hier rein rambe, könntest du mich dann noch retten? Ähm, wird schwierig. Ähm, dann wäre es jetzt tragisch, dass ich das jetzt machen würde, ne? Wollen wir mal raus hier? Ja, wenn du, wenn du quasi sterben willst. Verdammt. Nein, ich, ich habe ja andere Ziele. Dankeschön. Uh, ich habe eine Pistole. Du hast eine Knarre? Soll ich keinen Anpfleger? Haha, der ist alles, der Mann. Äh, die Frau. Äh, was auch immer. Oh, die hat einen Schlüssel mitgenommen. Warum brechen wir ein? Warum ist das... Sarah? Sarah hast du einen Schlüssel? Haha, Sarah, komm mal ran. Oh, Nuss hast gerade die Tür eingebrochen. Natürlich nicht. Sie war schon die Grundlegung offen. Ja, ja, ich glaube ein Schwein pfeift, Nuss. Oh, ein Klavier. Nuss. Spiel uns Mozart. Äh, äh. Äh, äh. Awp. Ja, tut mir leid, mit einer Hand kann ich noch spielen. Da, 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 da. Äh, Nick? Äh, hier hat ein Geist gerade eine Tür geöffnet. Ja. Sagen sie mal Frau von und zu Nussington, ne? Ja Sind sie eigentlich überhaupt vertraut damit, was wir hier machen? Wir sind tatsächlich auf Geisterjagd und suchen gerade Ziegenkopf Ja, ich hab noch ganz viele abergläubische Dinge darüber gehört bei meinen Patienten Sagt ihnen der Einhornverein was? Dann haben sie vielleicht mal unsere Internet-Livestreams gesehen Ich war der Typ, der mal heiter geht's weiter sagt Ja, genau, das war ich Der Mobi Ah, echt? Ja Ah, dass ich ihnen mal das Leben retten würde Ja Wenn sie sich dann umbringen wollten Nein, ich hab Sie waren doch viel zu heiter dafür Ich hab einen neuen Lebensansporn Aber den verrate ich nicht Das wäre hier sonst ein bisschen zu pervers Oh mein Gott, was ein schönes Bild Entschuldigung Ja, das ist die gute Martina Das war bevor sie durchgedreht ist Ah, ne, das war während sie durchgedreht Guck mal, die hat einen Ziegenkopf unter ihrem Kleid Oh, ganz kritisch Oh, ganz kritisch Ganz sehr in deutscher Sarah Wo treibst du dich rum? Oh, oh, ah, hier Hier, die Wäsche Die Wäsche ist es Oh Wo haben sie sich das mit der Tür? Ah, ah, Martina hat mich angerülpst Nein, raus Ah, rückzug Ich wurde schon wieder von einem Geist angerülpst Sarah, warum stehst du hier draußen rum? Temperatur? Sarah Ähm, ich muss gerade Ich muss gerade was einstellen Bei meinem Spiel Gerade schon wieder leckt Alle Nacht draußen, Raucherpause Sarahs Handyspiel leckt, was sie nebenbei spielt Arat Du solltest aufpassen Echt mal Und das nennt sich Chefin, ne? Ja Warum arbeite ich auch noch für dich, ha? Wegen dir ist er doch nur tot Das hat sie nicht gesagt Und dann geht sie so selbstsicher ins Haus, ne? Die Olle Wir gehen jetzt dort und los Wenn die wüssten, was ich nur vorhabe Aber mir gefällt unser Neuzugang Das ist ein guter Bei dem kann man sich richtig wohlfühlen Vielleicht hilft ihr mir ein bisschen über Türbeleid wegzukommen Er fehlt mir so Okay, ich stehe Oh, ich hab die Tür gehört War vielleicht Sarah Hä, wo seid ihr denn? Sagt mal Oben Achso Hexenwerk Notizende Oh, guck mal Was ist denn? Oh, wie süß Spielsteine Was steht da? Spielsteine, yeah Ähm, was? Kein, kein Sorge Das war Eriks Münz-Telefon husten L L-I-H-H-I-L Okay L-I-H-H-I-L Was meinst du, Lick? Ist das auch noch ihr Name? Äh, äh Ne, das ist der Name ihrer Ziege Ah, okay, verstehe ich nicht Sag mal, ich sag mal, Erik Vermisst du Dömel auch? Ja Was ist los? Vermisst du Dömel auch? Ja Sehr gut, Erisch Sehr gut Wenn man so gutes Wenn man so gutes Obst, wenn man es ins Geiste gab Boah End okay Boah Ah Oh, ich hab's nicht Die Pferde Ich hab's nicht viel von dir Ich hab's nicht viel von dir Ich hab's nicht viel von dir Ach, Mann Lig, wir sind alleine drinnen Ja, over Ja Ich weiß Over Es muss ja Helden geben Und ich will diesen verdammten Ziegenkopf Wo bist du? Mama, wo bist du? Wie alt bist du? Oh, Erik Du siehst ja überaus attraktiv hier in der Nachtsicht aus Ich sehe immer attraktiv aus, das ist nicht in der Nachtsicht Wie alt bist du? Komm, Erisch, wir schauen mal in die Wäsche Wir gucken der Wäsche beim Waschen zu Wie alt bist du? Irgendwie kommt keine Reaktion Erik, wer ist so gut die Taschenlampe auszumachen? Hm, danke Komm, gerne Hm, alles Hat der gut ins Buch geschrieben? Wo bist du? Also, falls Martina jetzt sauer wird, steh ich an einer möglichst ungünstigen Stelle, aber ich war merkt Hör Ich hab Gefrieratem Gefrierabend Äh, Atem Also, ich hab grad gehaucht Oder es war ein Ort, in dem ich direkt drin stand Moment, ich filme mal die Ecke Haben wir hier eine Taschenlampe wegleuchten? Ich hab hier eine Das geht jetzt anders los Du bist wahrscheinlich das noch nicht gewöhnt, aber Äh, jetzt haben wir hier so Hightech-Kameras Mit denen man direkt vor Ort stehen kann, Nachtsicht hat Ich verstehe Wo bist du? Wie alt bist du? Ja? Äh, ja, das Projektor haben wir doch auch irgendwo schon nicht, äh, jetzt nochmal raus Ja, das Projektor, wir denken, was haben wir an, das Projektor Ja, ja, was? Licht hat links geflackert Oh, verdammt Ist ausgemacht Hast du's ausgemacht? Nein Sie schreibt ganz Buch Verdammt, Hakenus Wo bist du? Dies, dies Ah! Oh! Nuss! Was ist da passiert? Rennen! Ich hab mich verpackt! Gott sei Dank, so könnte ich jetzt eigentlich aufsteigen zu meinem Dömelein, aber Ah, warum hab ich dir das nachher nur zugestimmt? Ich war so bereit Ich will einfach nur sterben, aber nein Nein, ich hab jetzt schon dessen packt mit dem Teufel Ach Gott Wenn die nur wüssten Wenn die nur wüssten Ich brauch auch diesen verdammten Ziehenkopf Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das überstehe Ach Gott Ich bin nur darauf eingelassen Ich wäre jetzt so leid schon im Himmel Ah, Gott Na ja Dann muss ich Ich, ich muss stark bleiben Ich kann ihnen jetzt nicht in Selbstbeleid versinken Ich, ich werde die beobachten Hab's das packen Ich werde es als Geist anleiten Na los Enttarnt Martina Wir brauchen diesen Ziehenkopf Wo bist du? Wir brauchen ihn Wie alt bist du? Ich kann jetzt noch nicht sagen warum, aber wir brauchen ihn Ich glaube, ich Geist anwurte, es funktioniert nicht Rennt! Erich lauf! Er hat eine Axt! Eine Axt! Ist ja natürlich draußen Wie so ein Feigling Hä? Wo ist er? Wo ist der gute Kerl? Ah ja, grüß dich Friolin Martina Martina Du altes Luder Erich! Erich ist tot Erich, er stirbt gerade Oh mein Gott Die haben dir das Genick gebrochen, Erich! Das Genick, haha Erich? Ja? Jetzt wo wir tot sind Komm, setz dich zu mir mal an den Tisch Ich musste was beichten Es wird wahrscheinlich ablaufen Wie beim letzten Mal Da Da war es einfach nur mein Pech Wahrscheinlich war ich ein schlechter Pensch oder so Aber Ich war jetzt eine Woche fort Ich habe einen Pakt mit dem Teufel gemacht Ich kann dir das erzählen Weil, nein Ja, im Prinzip doch Also Ich habe mich auf Dimitri eingelassen, aber Mehr verrate ich nicht Das kann und will ich einfach nicht, Erik Bevor es ihr unangenehmer wird Du hast Dimitri getroffen? Ja, aber du wirst darauf in den Himmel steigen Und ich werde Ewig gebunden an dieses Leben sein Ach Gott An dieses Leben? Ich möchte das nicht, Erik Ja Wenn die den Ziegen schälen haben Schlüpfe ich automatisch wieder zurück in meinen Körper Weil eine dunkle Macht will, dass ich weitermache Ich habe Ich habe nämlich meine Seele dafür verkauft Beunruhigend Aber hey, ich bin jetzt tot Also, wer interessiert's? Erik Bisschen Sorge bitte Du hast Glück Du triffst Dürmelein und Tyson im Himmel Und ich Hab mich selbst gestraft Ich wusste einfach nicht weiter Ich wusste einfach nicht weiter Der Verlust ohne Dübel war Der Verlust ohne Dübel Der war zu hart für mich Und jetzt bist du auch noch tot, Erik Wie soll ich denn Und dich jetzt auch weitermachen? Und deinen Münztelefon mussten, den du gerade wieder hattest Selbst im Tode Tja Irgendwann musst du ja dann mal sterben War ja klar Ja Ja Aber ich habe das Gefühl Dieses Abenteuer Ist noch lange nicht zu Ende geschrieben Ach Gott Ich hoffe, die beiden schafften es noch Erik, das sind unsere letzten Momente zusammen Wenn wir den Ziegenschädel Einfach nicht holen Naja Was ist denn, sich öffnen, ihn zu holen? Dann Erfülle ich mein Versprechen nicht Und dann fahre ich in die Hölle Ich werde mich befreit Aber in der Hölle Und ich werde ein ewiger Geisterdiener werden Das will ich nicht Ich habe nicht einer von denen Wie Martina hier Einen von diesen verstorbenen Mörderseelen Die mich umgebracht hat Ja Mich ja auch, Erik Mich ja auch Aber für mich ist das nur vorübergehend Jetzt bin ich gestorben Ja Aber Hatton muss mich einfach in dem Moment sterben lassen Ich frage mich sowieso Warum bin ich nicht von Anfang an Im Himmel aufgestiegen Wieso ging das bei mir nicht Und du mir schon Bin ich ein schlechter Mensch Oder Oder hatte ich von vornherein Diesen Fluch auf mir Vielleicht Eigentlich werde ich es nicht aussprechen Aber Vielleicht Hast du den Pakt schon Geschlossen gehabt Meinst du? Ich meine Ich habe doch schon ein paar Mal In echte Lebensgefahr geraten Und war irgendwie wieder zurückgekehrt Das stimmt Ja Ich habe Das stimmt Wenn du dich eingetragen hast Kommt ja ins Krieg los Ich Vielleicht ist das in meinem Drogenrausch passiert Oder oder? Erik Weißt du noch damals Als du Drogen gegeben hast Das könnte sein Dass es da passiert ist Aber Das war meine Intention Natürlich Dass ich ein langes und erfülltes Leben In meinem Döbelchen Führen möchte Und die Zeit dann auch Mit meinen besten Freunden Also mit euch verbringen will Aber Nicht das hier Nicht das hier Guck dir das an Erisch Da liege ich Aber ich werde mich Bewegen müssen Gott Bist du eigentlich mit dem Flur gestorben? Ich bin hängen geblieben Ich konnte mich einfach nicht bewegen Es war eine Schockstarre oder so Ich stand hier Und dann konnte ich nicht mehr weiterrennen Sie fahren weg Sie haben es geschafft Erik Sie haben es geschafft Auf Wiedersehen Erik Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Du wirst mir fehlen Leute Leute Wir haben Erik verloren Nein Ich muss euch was erzählen Setzt euch Setzt euch Ihr wollt euch bestimmt Warum ich jetzt noch vor euch stehe Und rede Erst einmal Möge Erik auch in Frieden ruhen Warum müssen alle sterben? Du bist ein Geist Alle mit denen ich die Reise begonnen habe Sind tot Nein Bin ich nicht Weil Mir ist kleines Malheur passiert Damals Sag Du erinnerst dich Ne du erinnerst dich nicht daran Das war vor deiner Zeit Ich hatte mal einen Drogenrausch Und Naja In diesem Rausch sind viele verrückte Dinge geschehen Und anscheinend Habe ich eventuell Pakt mit dem Teufel geschlossen Der mich Unsterblich macht Wenn ich weiterhin diese Opfergaben da sammle Oder ihr Es dann Schafft Ich komme also immer wieder Hey Mach das alleine Mach das gleich alleine Aber Nuss Wenn du mich jetzt im Stichen hast Komme ich in die Hölle Dann werde ich das nächste Mal sterben Und dann bleibe ich tot Und bin einer von diesen schrecklichen Geistern Und da die ja nichts besseres zu tun haben Als unschuldige Leute Wie Wie Erik Oder Dürmelein Oder Tyson Umzubringen Und das will ich noch nicht Oder Nuss Aber du kennst doch Erik Du hast ihn kurz kennengelernt Eine Woche hattest du mit ihm Während ich in tiefer Trauer war Also Seid ihr bereit Ja Vor allem mit Nachtsicht Seid ihr bereit Mir bei diesem Abenteuer zu helfen Sarah, keine Sorgen Dimitri werden uns auch noch kümmern Aber Erst einmal Muss ich meinen Pakt erfüllen Helft ihr mir dabei? Ach du schluckelt Natürlich Danke Danke Sarah Sonst kündige ich Fräulein Ich kündige Dann kannst du mal zusehen Wie du Dimitri ausschaltest Na gut Ja Jackpot Wo soll man hier achten? Leute Ich bin stark dafür Wir machen eine Stellenausschreibung Damit wir noch einen vierten Mann haben Es kann ja nicht sein Dass wir hier nur zu dritt sind Oder? Wir brauchen noch einen vierten Ein Fels in der Brandung Den benötigen wir hier noch Jetzt wo Erik Fortressa Also dann Ich würde sagen Ran an die Computer Und haut in die Tassen Bis eure Finger bluten Wir suchen uns jetzt Einen neuen Fachmann Ich wurde bestellt Komm Während er jagt Spiel mir eine Runde Basketball Ich kann ihn noch ein Verlust ertragen Nein Wünsche mir auf neues Glück Ja Ich bin im Geisterraum Dich Ich bin in der